Hallöchen, meine Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Wir befinden uns beim Aufbau von Helms Klamm mit meinem Kollegen Tobias. Er ist auch wieder vorhanden. Tütchen Nummer zwei. Ja, genau. Wir wollen natürlich den Stereotyp des Fresssacks aufrechterhalten. Deswegen fresse ich die Steine jetzt auf, weil ich noch nicht gefrühstückt habe. Was nichts damit zu tun hat, dass Tobias eine halbe Stunde zu früh hier war. Böse, dumm. Recycling. Nee, da ist nichts mehr dran. Ich wollte nicht recyceln. Aber es muss fallen. Es muss fallen. So, ich nehme euch wieder mal ein bisschen mehr rein. Zoom, zoom. So, und dann wollen wir mit dem... Da das Zoomen hier der Natürlichkeit des Auges nicht entspricht, lassen wir die Kamera dann auch gerne bei dieser Perspektive. Irgendwas machst du? Tito. Dida, 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 oder dida. Du musst rumdrehen, dann weißt du auch, wo es hinkommt. Aha. Da kommt es hin. So, jetzt ist die Frage, wie rumdrehen wir es. Ja, deswegen sage ich doch, dreh das rum, dann siehst du das auch. Ja, ja. Nee, das kann... Doch, ja, doch. Doch, doch, doch. Ja, ist ja gut. Mhm. Okay. Ja, wenn wir mal sagen, wie Lego funktioniert und hat damit auch meistens Rollen. Ja, was hast du? Was für eine Erkenntnis. Obwohl, beim Schiff haben wir ja in der Regel diskutiert wegen den Segeln. Ja, ich bin ja bis heute der Meinung, dass die falsch rum sitzen. Und wenn jemand das Schiff gesehen hat, bitte guckt euch die Folge mal an mit den Segeln. Und jetzt fragt nicht, welche Folge das mal. Ich glaube, die dritte oder vorletzte müsste das gewesen sein. Du machst es genau falsch. Ich mach das richtig. Die kommen doch nicht so. Achso, das meinst du mit falsch. Also die kommen genau die Spitze nach innen, weißt du? Ja, dann dreh ich es halt. Bitte. Spitze nach innen, nach außen, weißt du? Ja, aber... Was ist hier drin und draußen? Das ist gar nicht ersichtlich. Das ist hier vorne, also? Also außen. Dann sagt man die Spitze nach innen, das wäre doch genau richtig gewesen dann. Ja, okay. Hast du es? Nein, hast du nicht. Warum nicht? Du bist doch nicht... Mann, mir einen erzählen wollen und er baut sein Zeug nicht mal zu Ende. Ich nehm mal irgendeine Platte, ich werd die schon brauchen jetzt. Du wirst aber nicht. Du brauchst... Warte mal, lass uns das mal hier hinstellen. Okay. Dann spricht das exakte Motiv. Natürlich. Dann kommen solche dummen Fehler. Hör mir auch nicht vor. Passiert, mein Gott. Ja, doch. Hat nicht so passieren. Dreh mal wieder Augen, genau. Mann, 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 Mann. Ich erzähle, wie Lego funktioniert. So wie die das wollen, so machen wir das. Ich habe auch heute dieses schöne Werkzeug mit. Oh nein, was machen wir denn, wie die Steine zusammenbappen? Das passiert doch heute nicht. Dann brauchen wir unsere Assistentin mit den Fingern hängeln. Genau. So, zack. Aha. Wieder. Ja, ich bin schon dabei. Zumindest einmal. Ja, genau. Hier ist noch ein Haken. Das ist auch ein Haken. Vielleicht erkältet irgendwie immer noch. Ich aber auch. Aber ich kälte mich auch. Heute schnupfen wir. Wir bauen kein Lego, wir schnupfen. Let's schnupfen, heißt das dann. Let's schnupfen, ja. Und schöner Türen. Ja. Oh, soll ich francieren? Oh, mein Glas steht noch auf dem Tisch. Skandal. Die sehen, was wir trinken. Das geht doch gar nicht. Er lässt mich nie trinken. Ich muss immer von draußen wissen, wenn wir hier sitzen mit 30 Grad im Schatten, dann sagst du, du baust das erst zu. Ja, das ist dann für dich ne Lohn, ne? Gib nicht eher was zu trinken, bevor du fertig bist. Oh, Gott, bitte. Was ist denn da? Wieder die Spitzen. Okay, da muss jetzt sowas drauf. Und nach vorne. Langsam wird's instabil. Wir bräuchten mal was zur Gegenhaltung, ne? Das bleibt erstmal so. Echt? Das kann ich dir sagen, ja. Spoiler-Lob! Blüpp, blüpp, blüpp. Also hier ist doch irgendwas faul. Oder bin ich faul? Das soll da hin? Ach so, das soll da hin. So, mein Fehler. So, zack. Lass mal den jetzt mal außen vor, ja? Du hast genau den gleichen Fehler gemacht wie ich. Ich, du, äh... So. Du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich. Ich mein's ja nur gut mit dir. Sehr schön. Bevor die Hater kommen und kommentieren, die Dicke macht alles falsch. Und wie sagt der Oberleks immer, ich bin nicht dick. Nee, ich hab schwere Knochen. Wobei schwere Knochen nicht gleich dick sein müssen. Hier. Jetzt gibst du aber an. Ja, den... Den geb ich dir ja extra. Wurde ich mir mal aus. Du weißt gerade gar nicht, was ich hier baue. Du hast keine Ahnung. Ich mühe mich hier ab, weißt du? Und du gibst mir so... Naja, egal. Hunger. Lohn, ich krieg' einen Lohn, aber seit wann krieg' ich einen Lohn? Ja, das hab' ich jetzt auf Band. Ich hoffe, das kriegt auch jeder mit. Nee, den brauche ich gar nicht. Mal gucken, was geht denn da ab? Was geht ab? Wir bauen den ganzen. Genau. Du feiern hast du gestern. Das stimmt. That's right. So, und da fehlt uns um Dinge. Warte mal, warte mal, warte mal. Fertig bin ich mir da. Ach nee, Dieter. Verdammt. Ich wollte schon sagen, ich bin fertig, aber... Ja, nicht sagen, machen. Hier, Augen auf beim Eierkraut. Zack. Nein, das ist richtig. Die müssen sich angucken. Guck. Guckst du. Guckst du. Guckst du rein. Macht ja nix. Das sagst du jetzt, als wärst du mir zu mir wochenlang vor. Oh Gott, nein. Wann hat diese Tyrannei ein Ende? Nie. Solange es auch nur ein Legumstein auf der Welt gibt's wieder gebraucht. Scheiße. Ja, mal gucken, was da... Also danach, auf jeden Fall, nach deinem Stammbitt, wird das Add-On dazu noch gebaut. Ja. Und das kommt aber separat, wie du schon sagst. Ja, das kommt separat. Obwohl wir dafür ne Playliste brauchen, wissen wir noch nicht. Das sind zwei Videos. Dann brauchen wir ne Playlist. Mein Mario-LP hat auch ne Playliste, wo es so zwei Videos hat. Ja, das ist Mario Len. Also, kann man mal nix gegen sagen. Meins. Ja, da fehlt sogar noch einer. Ein grüner. So. Da muss da noch einer drauf. Bei dir übrigens auch. Was dann? Hier, dieser einer. Der ist doch schon da, zwei Stück. Aber wieso ist das... Also, okay, ich geh mal das zurück. So, jetzt kommt ein bisschen Befestigung, kommt der jetzt noch raus. Das ist ja nicht so. Stabilität ist halt auch sehr wichtig. Bei Lego, nur. Ja, bitte? Ein Dreier, flach. Ja, hatte ich auch schon. Jawohl, leider. Ich hatte mal ein Dreier, aha. Und nur flach, aha. Für alle von euch, die auch schon mal einen flachen Dreier hatten. Das Niveau sinkt. Gut, du machst schon die Mitte. Ich mach die Mitte. Ja, und ich... Wer mehr ist, so auf der Seite nicht. Ja. Zweier. Nee, ich mach die Einer. Die Einer auch. In der Tat. Trauer Einer. Jo, die hab ich vorhin schon gesucht, weil ich dachte, die kämen hier noch drauf. Die fehlen. Nein. Doch. Das ist hier nur ein Grün. Ein Grün kann man nicht machen, oder? Da hab ich irgendwo einen falsch gesetzt. Das ist ein Grün. Irgendwie darfst du noch ein Zweiter. Da ist einer, da ist einer, da sind zwei. Aber ich hab die Echtsorte hier. Eins, zwei. Eins, zwei. Da sind auch zwei. Da sind auch zwei. Nee, falscher Bauten. Grauen haben wir da auch nicht drin. Ja, der ist schon mal falsch. So. Gar nicht wahr. Drei. Grün. Eins, eins, zwei, drei. Das passt. Ja, das guck ich jetzt gerade auch. Eins, eins, zwei. Hm. Komisch. Gut, einer fehlt trotzdem. So, der grünen passt da ja. Und hinterher fehlt woanders. Ja, der Gründer muss irgendwo dahin, wo ein Grauer ist. Ja, der war jetzt intelligent, ne? Ja. Hm. Komisch. Intelligender. Eins. Soll ich irgendwie hier runtergezogen oder so? Nein. Ja, ja. Passiert der schon mal? Eins, zwei. Ja, das stimmt alles. Das ist auch. Nein. Kannst du unten? Nein, weiß nicht. Achso, ich dachte, du hättest auch wieder etwas gesehen. Ja, dann weiß ich nicht, was wir jetzt machen. So was aus irgendeinem anderen Tütchen holen und dann hoffen, dass wir es möglichst weit hinaus zögern können. Wenn ich wo mal ein Tütchen neun habe, sagt der, ein... Ja, das ist die letzte Tüte. Wenn es da fehlt, ist es nicht schlimm. Dann sind wir ja schon irgendwo neue. Nachher kommen wir die abzusuchen. Ja, das wird sich jetzt ziehen. Ja, ne? Ja, da habe ich... Was Mist gebaut hast du. Ja, wer weiß, wo der ist. Andersrum, bitte. Ah ja, stimmt. Nach innen. Aber da passt auch was nicht. Oder bin ich hier nicht richtig drauf? Alles klar. Ach, da kommen auch so Bögen. So Bögen. Hast du Bögen? Ich habe Bögen. Ich bin voll gebogen. Da habe ich auch einen Bogen. Da kommt auch Befestigung dran, damit... Und dann ist das jetzt echt einfach... Was ist denn der Bosche hier? politics. In braun, genau. Ob diejenigen Balletrod, die sich das onenfallen lassen, auch Fans der Serie sind? Die müssen sich ja schon sehr gut auskennen damit, dass die so eine Ahnung haben, wie es aussehen soll, das stimmt schon, aber die gucken sich die Filme gut an. Vielleicht gingen die auch vom Set so Produktionsfotos oder so, kann auch sein, dass die in Kooperation sowieso zusammenarbeiten, achso, da kommt noch so, jetzt kommt Stabilität, wie gesagt, jetzt kommen die Türen, gut, dann braucht ihr eine oder was, achso, ja, die sind alle, ich dachte, das wäre einfach nur das Spiegel verkehrt, ne, ne, wie immer nicht, das heißt, wie immer hatten wir auch schon, dafür sind dann hier diese, die ihr jetzt nicht sehen könnt, das Eingangstor, wenn deine Pfoten reicht, sonst sehe ich die Steinchen nicht, nett, ne, sind es ja, immer liebenswürdig. immer liebenswürdig. Grundsätzlich ist ein Grundsatz, leibenswürdig und man ist es nie zulich, bachelorwärtsk стороны, ich kann ja nochmal gucken, den Kochen finde ich vorher eigentlich ja doch. Ich bezweifle es ja jetzt noch. Ich auch. Wenn der Grüne überbleibt. Gut, das ist ja nicht schlimm. Da vorne kann sein. Hier, da. Weißt du, das ist der genauso. Das ist eine gute Möglichkeit. Blätter mal durch, ich bin ja auch gleich fertig. Bei mir war Grün, bei dir Grau. Vielleicht hast du auch von denen Fehler. Nein, glaube ich eher nicht. Nein, Lego macht nie Fehler. Lego macht keinen Fehler. Jetzt finde ich das nächste Teil nicht doch da. Das ist ein bisschen anderes Grau. So, wie hoch kommt das? Drei oben, drei unten. So, das ist dann... Welche Tür ist das? Die... Diese hier. Ne, andere. Ne, ist doch richtig. Du hast es dann aber falsch rum, weil... Ne, ist doch richtig. Achso, ne stimmt. Ich habe es ja nach oben, bitte. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Zack. Ne, warte. Dort... Dort... Hier ist der Herr wieder nicht so... Das ist vorne. Achso. Deswegen... Hier kommt man nämlich hoch. Bitte peitsch mich nicht. Ich peitsch mich nicht. Nicht jetzt. Das ist nämlich hier der Seiteneingang. Ja, ist ja gut. Wo Aragorn und Gimli im Film rausgehen und dann wird eben Gimli hier rüber geschmissen. Gimli. In die Orks rein. Gimli klingt auch wie nach Hobbit, oder? Ist aber nicht. Ist aber nicht. Ist ein Zwerg. Gimli. Boah, da kommt mal der Unterschied. Ein Zwerg liegt nochmal unter in den Berg. Und Hobbit nicht. Hobbit liegt im Weinfass. Nein. So, Rüger. Einer zumindest. Wem meinst du? Ich dachte jetzt wüsste. Erster Teil, der Anfang. Achso. Das ist doch so ein Weinfass, so ein riesen Ding. Das stimmt, ja. Aber wie heißt der noch? Der Vater von... War das nicht? Der Vater von... Äh... Bodo? Frodo? Bodo. Bilbo. Ach je. Ja. An alle Herrner-Riege-Fans da draußen. Hehehe. Ja. Wenn man den schon noch nicht gesehen hat. Asche auf und Haupt. Der ist auch verkehrt rum hier. Kannst ja korrigieren. Ja, den kann ich korrigieren. Das ist richtig. Alles andere... Hä? Wie, hä? Ich bin grad ein bisschen, äh... Irritiert. Ne, das muss so sein. Das sieht noch komisch aus. Das sieht so asymmetrisch aus. Aber gut, das soll aber so. Ja. So, mit der kommt... Da... Ja. Interessante Matta mit diesen Schlitzeln hier, ne? Mhm. Das sind so die Schließfahrten. An der Burg. Kommt sehr kaum gut dran von unten. Ja, kritisch. Muss ja auch dran denken, ne? Vor allem die Elfen kommen ja dann auch zur Hilfe. Die sind leider hier nicht mit bei. Lego Figuren mit spitzen Örchen. Ja. Richtig. Aber wie gesagt, die sind leider nicht damit frei. Ja. Naja. Naja. Ja, vielleicht so vieles Guten. Ja, vielleicht. Light. Setz deine Tür mal heim. Genau. Passt oder passt nicht? Ja. Mach ruhig weiter. Kann ich nicht. Ja, wir haben nicht. Ja doch, könnte schon, aber dann verbaue ich mich wieder. Weil es wieder verkehrt rum ist gerade. Was hast du vergessen, oder? Nee, du. What? Niemals. Ich vergesse nie. Du musst ja auch gleich mal sehen. Ja. Ja. Ich hoffe, ich war das jetzt richtig so. Sieht gut aus. Was machst du jetzt? Sieht gut aus. Mach die Kamera aus, sonst kriege ich das Stress. Nein, nein, nein. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Hier nebeneinander. Jetzt drücken wir das rum, dann passt es auch. Ja, wenn du die auch richtig rummachst. Lass dich das? Ja, alles gut. Deswegen sage ich, dann lass dich das rumdrücken. Dann weiß ich auch, ob du es richtig machen. Ja, passiert. Ist ja nicht schlimm. Ach komm, warte mal. Hallo, Fehler passiert noch. Ja, ja. Fehler, so ein Mensch. Übrigens, in Oberhausen, da wollen die so ein Weltrekord machen. Was für ein Weltrekord? Das größte Geschenk der Welt. Aus Lego. Aus Lego? Cool. Kannst du mitbauen. Auch eine tolle Sache. Und was für ein Motiv ist das da? Ach so, da kommt es rein. Natürlich. Wird einfach gebaut. Ich baue wahrscheinlich ein Geschenk im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann sein. Also so eine Kiste. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, nach Oberhausen fahren und... Wann soll denn das stattfinden? Das findet ja jetzt schon statt. Ach so. Ach gut. Gut dran bauen. Aber wenn ihr seht, dann ist es leider schon zu spät. Für nächstes Jahr vielleicht. So. Schalalalalala. Das Katapult. Ja, das darf ich wieder machen. Ja bitte. Katapult ist dein Part. Ja. Ach das ist so ein Special Stein. Mhm. Da. Muss ja auch sein, ne? Kann man schon mal nicht... Ach der wird hier drauf geschmeckt. Oh meine Güte. Das ist ja auch... So kommt das. Und so. A special thing. Ding, ding. Ding, 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 ding. Das sieht so sehr komisch aus. Das war es schon. Einmal Katapult. Und das kommt auf deine Seite. Genau. Warte, 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 warte. Das ist noch nicht fähig. Ach ja, sehe ich. Die sechs, äh... Genau. Was ist das? Munition. Sechs Munition? Ja, zum hier. Zum Verfahren. Warum stellt man die daneben, statt dass man sie da rüber schlört? Absicht. Alles Absicht. Ich wollte gerade so sagen, bleibt nichts übrig. Dreh mal um, dann hau es wieder ein bisschen einfacher, denke ich. Okay. Ja, wir müssen gerade an der Fassade basteln. So ein bisschen. So ein bisschen. Ich brauche schon mal hier dieses Ding. Äh, nur ein bisschen. Was wird denn das? Das wird die Klappe. Ähm, die kann man dann so hochklappen und dann ist man halt hier geschützt oder so. Aha. Halt die Klappe. Ja, also da muss man auch im Film drauf achten, dann sieht man auch wieder Peter Jackson. I'm sorry, Peter Jackson. Uuuuuh. Jetzt weiß er, das ist schöner, aber das ist okay. Ähm, ähm, ähm. Piterisation. So, jetzt fängt man auf die Klappe. Die kommen. Ach, da oben. Mittig. Es bleibt echt nur der fucking grüne Stein, oder? Ja, wo wir den grauen dann halt nicht, ne? Vielleicht sollen wir den hier einfach rausnehmen, ja. Und durch den grünen ersetzen. Können wir ja... Später, wenn alles andere oben drauf ist. Ja, bitte, das bleibt jetzt so. Achso. Da wird jetzt nur noch dran gebaut. Na gut, dann haben wir ja noch Optionen. Richtig. Also das... Hier vorne, hier an der Seite ist nämlich so einer, wo man... Hier könnt ihr sehen, die Klappen könnt ihr hoch machen. Ah, cool. Und das Tor. Kommt das Fähnchen da drauf? Nee, auch nicht. Das Fähnchen kommt da gar nicht hin. Die Fähnchen kommt da schon hin. Die Fähnchen kommt da mal rum. Dann wird das auch offiziell haben. Tadaaa. Aha, dann können wir die andere Pfanne auch ausstecken. Ja gut, siehst du? Ich wusste doch irgendwo... Natürlich war ich da falsch schon. Grün kommt nach unten. Ja. Okay, nach oben. Und dann sind wir auch schon mit Heft Nummer 1 fertig. Cool. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns den nächsten Partner. Genau. Tschüss. Tschüss.